fest drin sein da ist doch vernichten die untote kreatur ja so annehmen verlasst euch darauf dass ich euch helfe mehr quest sehe ich auf dem ersten step auch nicht das heißt wir haben hier ein und wir haben hier eine da und da ist eine und da ist auch irgendwie noch eine da gehe ich jetzt aber nicht ganz zurück wir gehen jetzt hier zu trinken und das sie ist gerade nicht da ist doch da müssen wir die richtung sagt ja ja mach du mal deine magischen tricks und hier müssen wir gleich rechts ab ach ja und schon zack tot so jetzt sagt er vielleicht sieht so aus da ist der eingang kann ich hier wein geben schluss ich bin die beinhändlerin allerdings habe ich ein kleines ungeziehtes problem wenn ich das umgeziefer in ihrem wein depot wo soll das jetzt schon wieder sein hier wird sein depot sagt in die richtung ach da unten drin ja alles klar macht sinn gekühlter wein ist besser als warmer wie weiß wein ich habe mir die beine ausschlecken Ach, das war schon. Hallo. Das ist der fucking Mann. Alter. Haben wir es jetzt? Schöner Weinkeller. Könnten wir uns unsere Flaschen eigentlich jetzt auch gleich selbst mitnehmen. Aber gut. Mehr ist hier nicht zu holen. Dann geht es wieder zurück zu der Dame, würde ich behaupten. Hallo. So, jetzt geht es wieder zurück. Hallo. Ach ja. Ich wollte gerade fragen, ist das euer Ernst, Freunde? Da muss ich mal hin. Da muss ich mal hin. also ich sage das ist manchmal ein bisschen schwierig hier macht das steht ja noch direkt vor meiner nase ganz besonderer gegenstand wenn sie das sogar anmerkt dass es ein ganz besonders war das was ich da gerade aufgenommen habe kreis des lebens level fünf das kann es noch nicht gewesen sein oder war es das doch also ein goldener bringt mir mehr leben und mehr konstitution das ist natürlich nice aber was auch jetzt war ein ring ok konstitutionen leben ist auf jeden fall kann man das gebrauchen so wollen wir dann jetzt die andere quest die gequälte seele hallo warum kann ich jetzt nicht anklicken willst mich jetzt verarschen verstehe ich jetzt nicht oder hat er die jetzt automatisch angenommen aber das ist das auf jeden fall hier oben ja dann gehen wir da jetzt mal hin jetzt richtig ich finde ja auch immer ein bisschen blöd dass man das war jetzt schlau darf man nicht so richtig draufklicken weil da wird man direkt hingeportet egal da porten kostenlose saur egal ich finde das doof dass das so darüber ist aber wir sind hier also müssen jetzt hier sozusagen über irgendwie links gleich alter du stehst mehr im weg hier sozusagen irgendwie lang da kann man nicht durch da kann man auch nicht durch schmied will ich jetzt gerade nicht also vor dem nächsten mal werde ich mal rausfinden ob ich das so einstellen kann dass die karte nicht immer mit dreht weil das verwirrt mich das mag ich nicht so das ist aber die richtige richtung was denn hier ist ein friedhof da können wir nicht ganz verkehrt sein ich mag die sprüche hier drauf alle müssen hier rein das sieht ja mal sehr interessant hier aus so 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 oh ja so schweine bahn ich glaube wir müssen hier runter hallo alter der haut ganz gut rein der bursche meine fresse nein nicht wieder aufstehen die 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 weg mit der map ist auf jeden fall boss gegner da kann man mal von aus geht und wieso kämpfe ich eigentlich nein das war völliger blödsinn ich bin so doof das war jetzt mal richtig dumm ich muss mal eben weg der macht mal hat mal richtig auer gemacht könntest du mal bitte hier wieder und so fühle ich mich auch gleich viel wohler ja war ja klar dass einer rauskommt der war jetzt aber im vergleich relativ easy hallo ja 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 ich muss mein weg wir sind echt krass die burschen sind richtig böse machen gut aber wo ist denn die tante wie wir hier gehen sollen gucken wir mal die richtung ja ja schon klar hat das mal lassen hallo bin ich hier doch falsch ist das gar nicht das wo die quest ist da eben ins logbuch gucken ja Vielen Dank.